Ok, da gibt es Pläne. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Müssen gleich mal gucken. Okay, müssen wir kurz mal ins Inventar, weil wir die, genau, den wollten wir einen Platz zuweisen. Machen wir da einmal. So, dann stellen wir den da hin. Der hofft dann da oben hin und können wir den zerstören. Ich hoffe nur nicht, dass der uns sieht. Ja, man sollte mir den zerstören können. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Nee. Okay, er hat uns nicht gesehen. Das heißt, wir könnten gleich wieder gucken, dass wir einen Sniper, äh, oder einen Sniper nehmen. Hier, von hier. Vielleicht. Ja. Gut, das könnten wir machen. So, Inventar. Äh, 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 äh. Das Gewehr. Der kommt da hin. Super. Wo ist denn der? Hä? Okay. Da ist er. Wir haben den zerstört. Und der, was macht der jetzt? Haut er jetzt ab? Oder? Ich weiß nicht, leider nicht, wie, ähm, wie viel der aushält. Aber ich glaube, wir nehmen das Motorrad. Ich glaube, das war es. Ach, ich war, wir haben ja keine Motorrad mehr. Das ist ja kaputt gegangen. Das heißt, wir laufen hier einfach zu Fuß weiter. Aber wir, ähm, werden aber vorher nochmal den Dings wegpacken hier. Den hier, Gasfilter hier. Packen wir kurz da hin. Dann packen wir den irgendwann hier hin. So, zack. Dann sind wir ein bisschen leichter. Dann können wir einfach nochmal, äh, was hat man gehabt da? Das Fernglas, ne? Ja, das Fernglas. Okay, wo ist denn das Fernglas jetzt hier? Ah, 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 ah. Das Fernglas. Hatten wir hier Munition für? Ne, hatten wir nicht. Okay. Hatten wir noch keine Munition für. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wo das, oh, die Landminen hätten wir auch noch. Ah, ah, ah. Auch nicht schlecht. Könnten wir uns nochmal, ähm, ähm, sprechend, äh, äh, aufbewahren? Ah, ja, jetzt Fernglas. Da. Perfekt. Ähm, ja, und dann nehmen wir einfach die hier. Oder die hier. Hier hat ein Schalter ein paar drauf. Wir müssen jetzt einfach nur an der Straße längs laufen. Wir sprechen an die nächste Stadt zu kommen. Ähm, ähm, ja, und der Schlupfkirche. Und da war man 735 Meter. Okay. Okay. Er sucht da uns irgendwie immer noch, oder zumindest versucht er uns zu suchen. Wir brauchen noch ein bisschen auszuprobieren. Können wir laufen. Wir sind sehr schwer im Moment, warte. Wie sehr viele Sachen. Achso, Moment mal. Ah, okay, okay, warte mal. Siehst du? Das wollte ich auch noch mal ganz kurz gucken. Ah, ein Blick geht sofort weiter. Ähm, okay, ja, doch, das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Sehr gut. Okay, das müssen wir einmal kurz so machen und dann so machen. Also jetzt, na, ja, perfekt. Durch geht weiter. Also nochmal was nachgucken. Äh, äh, sind wir auch heute, oh, wir sind zwei gelaufen. Da ist aber auch, ja, irgendwas. Ah, nee, das ist das, wo wir eben waren. Oder? Nee. Das ist so ein... Okay, hier ist ein... Irgendwo eine Roboter. Ich sehe den nicht. Ach, da hinten. Im Zelt ist er. Okay. Zelt war einer. Okay. Okay. Oben im Tau ist muss einer sein. Da ist noch einer. Wow. Äh, chill mal, chill mal. Okay. Jetzt haben wir noch ein... Zelt noch einen. Da oben haben wir auch noch einen. Okay. Da, ein Ding ist dran. Alles gut. So. 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 Oh, da ist noch einer. Okay. Noch mehr? Dahinter? Ja. Äh. Kann ich auch mal treffen? Oder wieso? Eigentlich scheint nicht. Jetzt haben wir getroffen. Aber wir haben keine Militum, ja. Ja. Nee, jetzt sind die Wunsch. Okay. Haben wir jetzt ein paar Roboter hier. Also brauchen wir nicht. Das ist mit Munition und sowas. Ja. Okay. Äh, okay. Jetzt haben wir nur noch zehn hier. Okay. Okay. Haben wir die jetzt auch erledigt? Okay. Hä? Was war das? Hä? Nix. Okay. Könnte ich da einmal hoch? Das wäre mega. Ja, gut. Okay. Oh, hier hinten ist noch eine Leiche. Ja, ja. Und eine Waffe. Mhm. Okay, eine Waffe. Wir sind aber wieder viel zu schwer. Das ist jetzt nicht gut. Wir haben auch. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben noch eine Kiste. Ja, komm. Okay. Was ist das jetzt hier? Sturmgewehr. Ja. Ja, gut. Okay. Ähm. Haben wir sonst noch hier noch eine Kiste? Ja. Äh. Aber irgendwie. Wir haben auch nicht viel, ne? Ja. Ich glaube, wir müssten gleich mal die Waffen wechseln. Ja. Aber können wir gar nicht. Wir brauchen noch viele Kiste. Äh. Okay. Ähm. Ja, gut. Wie schwer sind wir denn? Äh. Okay. Okay. Nein. Na gut. 5 Kilo sind ein bisschen zu schwer. Haben die auch schon gelootet? Ja. Die haben wir, ha? Ja. Okay. Was ist damit? Ja. Weiß nix. Was ist das hier für einer? Was ist das hier für mich? Ah. Ist ja auch wie so ein Minerator, ne? Was mit ihm? Nee. Brauchen wir auch nicht. Oha. Hier sind wir sehr viele. Äh. Den können wir mitnehmen. Biss ein... Heilung, ne? Ah. Brauchen wir nicht. Ah. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Okay. Dann sind wir einfach... Nee. Wir müssen... in die Richtung... laufen. Okay. Das heißt... Ähm. Ja. Haben wir... Ah gut. Wir haben einmal bis zum Heil. Das ist okay. Okay. Die Waffe haben wir auch gefunden. Das ist okay. Jetzt sind wir auf der Straße? Sind wir auf der Straße? Ah. Tatsächlich. Wir sind auf der Straße. Wir müssen nur in die Richtung laufen. Dann sollten wir auch irgendwann ankommen. Wie weit ist denn das noch? 4... 460 Meter. Na gut. Hätten wir unseren Motorrad nicht geschrottet, wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Aber das ist okay. Okay. Ist das der Wind? Anscheinend ja. Ja. Okay. Aber es scheint wohl hier keine Roboter zu sein. Okay. 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 Super. Super. Alles klar. Da können wir einfach mit... Ach du Scheibend, Leute. Wo kommt der denn her? Ähm. Ah ja. Hä? Der ist ja weg. Ah ja. Okay. Da gibt es ja richtig Action. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil die alle immer spawnen. Okay. Okay. Ich glaube... Sind wir... Ne, wir sind noch nicht da. Es könnte das da vorne sein, einfach. Ahn... Ach du... Ach du... Mann, das ist ein großer... Ach du... Ach du... Ach du... Wie soll ich denn da an dem Ding vorbeikommen? Wenn der sich umdreht sind wir... Geschichte. Okay. Okay. Das heißt... Wir müssen... Ja, ja. Es ist nicht... Oh, das ist doch gerade der Weg hier. Wir laufen direkt jetzt. Okay. Okay. Ja, geht ja mal hin. Misch da mit mal. Wir haben hier... Wir haben hier... Männchen... Wir können hier so vorbeiläufen. Und hier einfach... Im Wald gehen. Okay. Ach komm... Da ist auch noch einer. Was ist denn hier los, ey? Voll... Voller Krieg hier oben. Ah, ja, ja. Okay. Ah, nee. Bitte nicht. Ich möchte nicht da rein. Ach. Komm noch hin. Danke. Aber die Runden greifen den auch an da. Oder nicht? Ah, ja. Warum? Ah. Okay, den haben wir jetzt auch. Ich möchte mich ja immer überstecken oder sowas. Ah. Ah. Okay. Okay. Er greif... Ich greif... Ich greif den den an. Das ist super. So. Die Kiste wäre ganz nett. Jetzt können wir auch mal wegpacken. Dass wir ein bisschen einfach... Ein bisschen leichter werden. Landen hier. Ähm. Eine Magnum können wir auch wegpacken. Okay. Okay. Ich höre grad nix mehr. Okay. Okay. Eine AK hätten wir auch noch hier. Äh. an die Ball. Die Fackeln hier. Oder was? Irgendwie ist hier. Nein. Ne. Fackeln. Ja gut. Jetzt sind wir ein bisschen leichter. Das könnten wir eigentlich sprechen. Auch. Vielleicht. Ein bisschen mal. Auch. Ein bisschen. Ein bisschen. Wäre nicht schlecht. Ne. Ich brauche mich. Okay. Die Zahl ist hier. Wir können wir gewinnen. Okay. Können wir die irgendwo treffen? Ja. Wir können sie treffen. Aber sie ist auch nicht auf uns. Aber. Ich weiß leider nicht. Das bringt es. Okay. 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 Einen hätten wir noch. Das bringt auch da jetzt. Okay. Okay. Einen hätten wir noch. Das bringt auch da jetzt. Einmal getroffen. Das bringt auch nix. Die beschießen sich gegenseitig über. Das bringt auch nix. Die sind so hart. Ähm. Stark gepanzert. Das ist jetzt bringt. Das wieder gar nicht. Ähm. Moment. Haben wir im Momentar überhaupt noch unsere. Moment. bestimmt wieder. Ja. Haben wir keine Munition dafür? Äh. Was bräuchten wir? Sieben. 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 sich um sieben. Sieben. Okay. Und Uran. Ah. Okay. Die Waffe bringt uns gar nichts. Das heißt, wir können hier. Ähm. Ich hab hier nix machen. Mh. Ja. Gut. Äh. Achso. Nein! Hä? Ach Mist, Mist, haben wir ja einen Fehler gemacht. Mit Inventar, Waffen, dem einen Platz zu weisen, den genau dahin. Und dann haben wir den hier. Vier Tage ist los, der hat sich nicht gewonnen. Wir haben keine Munitionen, irgendwie. Ja, wo wir irgendwie mit... Okay, ist das... Okay, haben die jetzt sich gegenseitig besicht hier? Oh, Extrusion. Damit können wir uns ein Bike basteln. Ah, was ist denn alles? Da ist eine Tasche, Textil, Adrenalinspritze, sehr gut. Okay. 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 Den haben wir ja gar nicht gesehen. Im Großen da. Okay, können wir durchs Fenster schießen, ja. Das ist... Nicht gut, ich habe keine Munition mehr. Wir haben einfach keine Munition. Okay. Hä? Ach, was ist das denn jetzt? Das sind ja zwei. Verdammt. Nein. Da habe ich gar keinen Lust drauf. Wo ist das? Okay. Da fahren wir jetzt hier mal weg. Ja. Das bringt uns nichts. Wir sind... Hä? Wie? Was? Scheiß. Ich brauche ein bisschen Zaun. Verdammt. Okay. Wir sind noch ein paar Leichen. Was können wir mitnehmen? Wir machen eine Waffe. Hä? Ja, die Waffe nehmen wir auch mit. Nicht schon. Ja. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Jetzt war das noch. Wir sind wieder natürlich zu schwer. Genial Waffe haben wir gefunden. Wir haben hier alles erledigt. Also fahren wir los. Können wir im Prinzip den nächsten Punkt fahren? Das heißt, wir müssen noch auf die lebende Seite fahren. Nein. Na? So? Ah ja. Springer. Was ist das hier? Keine Springer? Nein. Wie ist jetzt unser Snap? Pferd hier? Ja. Pferd hier? Das ist nicht gut. War mir hier schon? Anders gelootet hier? Ich glaube ja. Was ist das denn da vorne? Das sieht aus wie eine Drohung, ne? Zweite Drohung. Und ein großer. Also eine Drohung. Okay, hier. Ja. Ja. Cool. Ähm. Ah, hier. Da ist er. Okay. Hier haben wir wieder irgendwas gefunden. Okay. Ah, Recycle. Irgendwie. Haben wir doch. Jetzt können wir doch endlich mal unsere, ähm, was war denn das hier? Eine Hose oder was herstellen hier, ne? War das nicht so? Äh, Feuerwehrstand. Und, ähm, Sichtbarkeit. Ja. Ja. Das können wir in der Gegenstand anfertigen. Ja. Perfekt. Haben wir gemacht. Super. Haben wir die jetzt an? Oder wie jetzt? Da. Okay. 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 Ich hoffe mal. Wir haben hier wieder eine Kiste. Und da haben wir. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Okay. Was haben wir hier? Oh nix. Nicht. Klar nix. Klar nix. Klar nix. Klar nix. Ja. Ja. Hm. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier, hier machen. Bei der, äh, bei der Recycle-Station hier. Zum recyceln. Hm. Okay. Was haben wir? Haben wir? Ja. Ich hab hier doch eine andere Waffe gefunden. Ähm. Okay. Moment mal. Ah, das ist ja auch so anders. Können wir die doch mal, die eine doch wegpacken hier. Die hier. Können wir doch wegpacken. Kann ich mir doch nicht mal. Jetzt ist die Frage. Jetzt sind wir, jetzt sind wir hier, ne? Okay. Okay. Hier haben wir auch noch unseren Dings hier. Ähm. Wir könnten jetzt hier nochmal hingehen. 500 Meter. Da ist noch 510 Meter. Ah. Okay. Das war, wäre in der Stadt. Das hier oben. Ja. Da vorne noch ein Dings. Ja, gut. Wir könnten, ja, das werden wir glaube ich nicht schaffen, ne? Wir haben jetzt ein Motorrad hier. Ich muss mal reparieren. So. Benzin. Wie sieht es aus? 66. So, also. Reichen. Ähm. Wenn wir mit einem Motorrad einfach Sperrfeld einfahren. Ich weiß nicht, ob das tut. Ja. Einfach Sperrfeld ein. Und dass die uns nicht sehen. Ich hab keinen Raum. Ist das eng? Ja. Natürlich sehen wir uns. Und das ist auch mega langsam. So. So. Es ist auch nicht so toll. Ja komm. Oh. Ach komm. Ja komm. Ja. 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 Okay, die fighten nicht mehr mit uns, das ist in Ordnung, die fighten noch hier. Okay, aber ich verstehe nun nicht, warum die ja fighten. Gute gegen Böse oder was ist hier los? Ich verstehe leider nicht, wer hier, wer ist hier. Das sind ja verschiedene Roboterarten hier. Ist das irgendwie verschiedene Roboterarten, wenn da mal einen Sniper gab, ne? Wir könnten die doch mal kaputt machen. Okay. Sollte gehen, oder? Wir haben ein Schutzschild. Okay. Wir haben irgendwie so ein Schutzschild. Ja, wir haben einen Schutzschild. Das ist echt übel. Wie soll das gehen? Okay. Das haben wir noch. Aber schaffen wir es gegen diejenigen? Wir haben so ein komisches Schutzschild, haben die. Was? Was ist das denn auf mich hier? Hey, chill mal. Ja, chill mal. Ich wollte euch nur helfen. Ja, also ganz ruhig werden. Ganz ruhig werden. Wir sind ein bisschen... Das wird wahrscheinlich die Stadt davon sein. Haben wir doch ein bisschen was zum Heilen? Irgendwo bestimmt, ne? Abwärtschild. Ach, abwärtschuld. Ach, abwärtschuld. Ja, hier. Okay. Noch eine Einwanderung. Okay, das ist ein Package hier. Ich bin in der Nähe. Okay. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Kassi, nur. Okay. Ah. Den können wir nicht gewinnen hier. Ich weiß nicht, was der macht hier. Ah ja. Jetzt hat er dann wieder eine Wingshange gemacht. Okay. Ach, schau rein. Er ist kaputt. ok den haben wir auch du schießt ja auf mich ich helfe dir nur wo seid ihr? da seid ihr ok also große macht er gar nicht ok 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 ja hallo ok vorhin einer also kleiner nur ich glaube das bringt uns überhaupt nichts hier wenn ihr unseren Mutrat gepackt ähm das war das bringt uns gar nichts irgendwie wir müssten andere Waffen haben steckere Waffen ja ich will ja oh Gott sonst haben wir eigentlich gar keine Chance ja da müssen wir hin und dann haben wir in den grünnesten Licht zurück und dann haben wir in den grünnesten Licht zurück ok ok ähm 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 ja so können wir irgendwo rein ähm 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 äh ähm da die Scheppe ok ähm ne und abschweigen würde aha aha okay wo ist der weiß nicht weil wir verloren hier okay wir haben ja kaum schuss so viel ist da da kommt noch einer okay okay wir müssen uns einmal verteilen das ist aber wir haben ja drei schuss das geht gar nicht okay es ist unfair ihr seid zu spüren wir gehen mal in die kirche rein vielleicht haben wir die möglichkeit von oben weg zu machen okay hier ist ja okay okay hier ist karte das heißt wir fangen hier wieder an okay ich hab gesehen du hast noch nicht passiert aber los jetzt